Da bin ich ja mal gespannt. So, kann man auch mit Controller spielen? Ich würde gerne mit Controller spielen. Ja, ich glaube, man kann mit Controller spielen. Ihr wisst, ich bin Controller-Spieler. So. Okay, es ist das englische Synchro, aber deutscher Untertitel. Bin ich ja mal gespannt. So, gut. Ah, wir dürfen... Ah, wir können uns erst mal... Also es sieht eigentlich recht gut aus, finde ich. Also dafür, dass es doch recht alt ist. Guck mal, wir haben sogar eine mechanische Hand oder sowas. Hier ist eine normale, da ist eine mechanische. Achso, wir müssen erst mal hier, wa? Ja, ja, warte mal. So. Wir reden auch wie ein Roboter, so der Hammer. Haha. Sehr witzig. Dan heißen wir. Okay. Noch nicht? Ähm... Sicher? Mach dir keinen Kopf. Not in a while. Do it now. I need you in good shape. So, Drücke Y, äh, für Überprüfung deines Status und verwende die Synchronisierung. Ach, guck mal. Ah, der hat ein bisschen... Daniel heißt der eigentlich. Daniel... Statsky. Ähm, er sieht ein bisschen aus wie... Wie Entgene Hopkins, ne? Wie Entgene Hopkins. Ne, du hast es nicht gesagt. Ich habe es von irgendjemandem gehört. Mach jetzt mit. Harte Arbeit und Geduld. Mehr ist jetzt nicht nötig, um den bürgerlichen Status zu verbessern. Hey, Digga. Der sieht ja aus. Echt? Kann man mit dir reden? Kann man mit dir reden? Raus hier? Warum? Na ja. Wir konnten nichts anderes machen. Was soll man machen? Familie. Ja, nachschauen ist ja eine Sache. Aber besser ist halt, wenn man immer live dabei ist. Aber ich... Wie gesagt, das war nur Spaß. Der sieht aber sehr lustig aus. Guck mal, die linke... Die rechte Seite ist komplett... Ähm... Grabinski. Grabinski. Ich nehme mal einen anderen Namen, ne? Wir sind hier ja an der Kamer und so. Nummer 7, Erdgeschoss. Durch den Hof. Rechts, links, geradeaus, rechts. Zwo, drei... Hallo? Was war das denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn so? Gibt's keine 7 hier oder was? Doch da! Aha! Oh. Oh, isd nen ich so? Telefon? Aha! Nein! Der ist dauernd, was? Ist das Adam? Oh nein! Ist es Adam Studies Diamonds gewesen? Es geht ab, Steven. Ja, Steven, ich habe nicht geantwortet wegen LOL, weil ich heute ja nicht LOL spiele. Ich bin live, wie gesagt. Ach so, er hat seine Zentrale Bescheid gesagt, dass alles auf dir ist. Der legt einen Tatort fest, okay. Alter, krass. Risswunde. 150 mm. Ah, 120 mm. Okay, das ist wirklich ein Ausweis. Digga, jetzt bist du... Jetzt bist du der perfekte Jungler. Ey, Leute, der hat doch was ganz Abgefachtes gemacht hier. Oh, kein Spielgebild. Das ist ja bitter. Komm herunter. Komm herunter. Hey, PD, I need to talk to you. You broke it. No, you broke it. Nuh-uh. Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here. Yeah, what's this about? Do you know Lieutenant in 4.7? Dad, Tommy's picking on me. Okay, schau deine Statistiken her. Ich hoffe, dass es nicht nur Bot sind. Ich bin, schau deine Statistiken her. But... 7, oder? So. Nein, ich kann nicht sagen, dass ich den Mann weiß. Okay, es war ein Mann. Ja, gut. Ich habe ihn einmal oder zweit gesehen. Ich könnte eine vague Erinnerung haben. Could you give me a vague Description? Maybe. What's it to you? My son might have been staying in that apartment. I'm trying to find him. Well, why don't you tell me what he looks like? I'll let you know if it rings a bell. We lost touch since it's been a while. Ha. Sign of the times, I guess. See, I'm a family man myself. No, you shut up. No, you shut up. No, you. I swear, if you don't shut up this instant... Das einzige, was wir... Oh, fuck off, Alter. Steht doch immer vor mir. Was bist du für ein Arsch? Ho, ho. Need to get up. Alter. Wir haben Scheiße gebaut. Ich gehe einfach mal im Keller. Im Keller ist immer gut. Oh, sieht aber sehr gut aus, ne? Der Keller, nicht schlecht. Naja. Das sieht mir schon abgefuckt aus. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich denke mal, das ist hier richtig. Ich weiß das nicht 100%. Das natürlich. Ich muss doch zu diesen 114. Das ist ein 104 da oben. First Floor. Aber wie abgedreht das ist, ne? Da geht jeder scheißen, Leute. Da geht jeder scheißen, Alter. Ach du Scheiße. Das sieht so nett aus. Warum hast du mich eingeschlafen, du Sack? Da müsste ich jetzt sein. Ich glaube, das ist richtig. Polokom-Konsole. Mal eine Runde hacken wieder. Okay, eine Zahl. Ne, zwei Zahlen haben wir nicht. Drei Zahlen haben wir nicht. Es gibt zwei weibliche Mieter mit den Inszenialen HN. Eine von ihnen, Hannah Nader, liegt in 106. Ach, 106 war das. Und eine in 104. Also 104 und 106. Das Mädchen von 113 ist irgendwie gegenartig. 1074 könnte der Code für eine andere Wohnung sein. Ach, 1074. Das müsste ja dann diese Wohnung sein. Vielen Dank, Frau Gehörner. 1074. Das müsste hinhauen, ne? Ja. Das ist ein Disco-Raum, Alter. Das ist ja witzig. Das ist ja cool. Protokoll. Alter. Was macht die denn da? Die chillt ja erstmal. Die hat aber Hängeschläuche. Halleluja, Alter. Wo ist denn 106? 106 ist hier. Alter, hat die Schläuche erwacht mit ihren Beinmuskeln. Kann sie dich aus dem Leben kicken? Ja. Mrs. Nader. Mrs. Nader. What do you want? Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have... Ma'am, is everything all right in there? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any... The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other... But not you? No, officer. Not. No compass. Well, you thought wrong. I don't have... If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind. And yes, I live alone. No spouse or daughter. Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called missive? I'm a widow. My wife died many years ago. In the plague. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy... Mrs. Nader, I'm just... Yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away. What? With all due respect, ma'am. You're not the only one who lost someone to the phage. God knows I have no love for Kyron. Is this when you tell me how we're all to blame? That's not... That we brought it upon ourselves. Ma'am. That we deserved the phage? Deserved to see our loved ones die? Didn't we? We jumped at the opportunity to meddle with our bodies, but we didn't ask ourselves what the price would be. Some people who were probably infected by something. And very hypocritical. Spare me the lecture will not be judged by something. So long, Mrs. Nader. Okay, so it's only the 104. So, then I can only be the old one. The door is open, okay. Is already a example... Verdächtig, ne? The door is open. Ach, nö. Was denn hier passiert? Ach, du heilige Scheiße. Haben sie mit dir gemacht, Alter? Du solltest zum Arzt. Ne, da lebt der noch. Der Hammer. Digga, du solltest zum Arzt. Da ist ordentlich was kaputt im Kopf. Alter Schwede. Uuuh. Digga, du hast da irgendwas im Hals. Du hast da irgendwas im Hals, ne? Subject approved. Commencing neural interrogation. Alter, wir können es mit die Leute vergehen. Wir sehen quasi das, was er erlebt hat. Okay. Hey, baby. I'm home. I'm home. Hello. A beer? Is that you? Baby. I'm home. Hey, baby. Hang on. Hey. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020